Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog auf diesem Kanal. Heute habe ich mir vorgenommen in den Freizeitpark Schloss Dankan zu gehen und hier mache ich ein bisschen Parcours und Freerun. Als erstes gehen wir auf die Hüpfburg in der Halle. Hier ist noch mein Bro am Start, der Erwin. Auf jeden Fall ist die Hüpfburg ein richtig guter Ort zum Aufwärmen und dann gucken wir mal weiter. Ja, wir machen noch ein paar Tricks und dann gehen wir zum nächsten Spot. Ja, wir gehen jetzt zum nächsten Spot und machen wieder was. Und jetzt circa eine Stunde fast hier. Bin mega ausgepowert. Let's go! Nein, nein, nein. Ich fierbe mich auf. wir sind jetzt beim nächsten spot angekommen und zwar sieht das hier so aus dieser boy springt hier drauf dann fliegt das hier hoch und da werde ich dann stehen und ich werde mal versuchen einen rückwärtsalto zu machen ich habe mich schon ziemlich oft mega oft abgepackt aber ja muss es versuchen ok leute es hatte ich ganz so geklappt wie geplant aber ich versichern ich habe es mal geschafft ja auch ein video das kann ich euch einblenden tja gucken wir mal weiter wo man hier noch was cooles machen kann ja 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 Ain't so long to go wrong Cause why can't I ever But you more than me, more than me Okay Leute, hiermit beende ich dieses Video Wenn euch so eine Art Vlog gefallen hat, wo ich An verschiedene Spots gehe Und ein paar Tricks mache Dann schreibt sie mir in die Kommentare Ich bring mehr solche Videos raus Hiermit beende ich das Video, bis zum nächsten Mal Ciao